Ausmürra, der vergangenen Weihnacht hier, er hat ein Video gemacht für den Ausmürra der jetzigen Weihnacht und dieses Video dreht sich um Liebe Mechos Batman Noel, das ist eine Graphic Novel, die praktisch die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte nur halt mit Batman als Scrooge ist und kurz gesagt, es passt viel zu gut, also ihr solltet jetzt keine tiefgehende Geschichte erwarten, also es ist einfach nur Charles Dickens, nur mit Batman, aber die Charaktere, die dafür ausgewählt wurden und wie es zusammenpasst, nicht sicher, es passt einfach viel zu gut. Noch dazu, wie ihr seht, das Ding ist wunderschön, das hat auch so einen richtig awesome, wenn man es jetzt umdreht, so einen Coverschutz, den kann man dann auch abziehen, Jo, und dann hat man hier zweimal Batman. Und noch dazu, worüber ich wahren sollte, es ist nicht ganz klein hier, ne? Also, ich habe dazu keinen Platz im Regal, ich stelle es irgendwo so in meinem Zimmer aus und wie ihr noch seht, noch dazu, der große Pluspunkt, Liebe Mecho, äh, Liebe Mecho, Alter, wir zeigen jetzt in der, das ist ja mega atmosphärisch. Ich will jetzt euch nicht zu viel zeigen, weil, Copyright und so, aber die Zeichnungen von dem, die sind göttlich, innerhalb, wie gesagt, passt die Faust aufs Auge, Jo, gibt es nicht allzu viel zu sagen, ne?